Willkommen bei der Reise zur Waldwiese. Suche dir einen für dich gemütlichen Platz, an dem du dich wohl und sicher fühlst. Mache es dir bequem und schließe deine Augen. Finde eine Position, in der du dich fallen lassen kannst. Achte nun auf deinen Atem, wie du ein- und ausatmest. Und während du deinen Atem beobachtest, spürst du, wie sich dein Körper mehr und mehr entspannt. Mit jedem ein- und ausatmen. Stelle dir nun vor, dass du bei jedem Atemzug eine reine, helle Energie einatmest, welche durch deinen Körper fließt und alle unnötigen Energien und Gedanken aus deinem Körper entfernt. Am Anbeginn dieser Reise stell dir Kraft deiner Vorstellung vor, wie du im Wald an eine Wiese kommst und dort Platz nimmst. Du nimmst immer mehr die Geräusche um dich herum wahr und kannst dich der Natur völlig hingeben. Sie schenkt dir Geborgenheit, Kraft und Freude. Dabei spürst du auch, wie die Wärme der Sonne auf deinen Körper einwirkt. Dein Körper, Seele und Geist füllen sich mit dieser Naturenergie. Lass es wirken und lass dich überraschen, was alles sein darf. Bleibe solange bei dieser Wiese, wie es sich für dich richtig anfühlt. Wenn du bereit bist, öffnest du langsam die Augen und kehrst in den Alltag zurück. Ich wünsche dir viel Freude bei der Reise in dein Inneres deiner Urquelle. Und brauche – wenn dubereich Wijchen die Nachbar jetzt finns das Institut von mir darum. und der Grbitkison Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020